Moinsinn, Freunde der Sonne! Heute gibt's mal wieder ein Eingabegerät. Damit habe ich mich ja die letzten Tage ein bisschen mehr beschäftigt. Und es ist heute die wunderschöne Keychron Q6. Oh boy, oh boy! Ich werd ganz freund dabei! Aber dazu erfährst du mehr nach dem Intro. Also, let's go! Ja, Mensch! Ich bin ja in so einen Kaninchenbau reingedeift. Mit Tastaturen. Oh, man! Ich hatte jetzt die Möglichkeit, 2 zu testen. Und das hier ist ein wunderschönes Objekt, was ich in Zusammenarbeit mit Keychron und Alternate bekommen habe. Und da wurden mir folgende Sachen zugeschickt. Das würde ich euch gerne mal zeigen. Und zwar habe ich eine Tastatur zugeschickt bekommen. Das hier ist im Gegensatz zur letzten, die wir ausprobiert haben, keine Barbone oder nackige Tastatur gewesen. Die kam schon preassembled, also zusammengebaut. Die hast du ausgepackt, angeschlossen und losgelegt. Da ich aber bei Custom-Tastaturen ein bisschen was ausprobieren wollte, hatte ich auch die Möglichkeit, mir Switches auszusuchen. Und da habe ich nicht diese bekommen, weil das waren die, die drinnen waren. Die roten. Gatron. Nein, hier waren drinnen, Gatron, Silent Switch, White, SMB. Da steht es drauf. Ich muss das immer ablesen, weil ich die ganzen Namen, die sind mittlerweile so lang geworden und es gibt unfassbar viele Switches. Jetzt habe ich also rot ausprobiert und weiß ausprobiert. Und weil wir ja weiß hatten, habe ich mir auch noch schöne Keycaps dazu bestellt. Und die sind jetzt hier gerade drauf. Auf der Tastatur. Und bevor wir jetzt hier ganz groß rumseiern, was wir jetzt hier gemacht haben und wie das Ding wirklich so ist, würde ich dir einfach mal schnell von Vergangenheits-Dizzy eine Timelapse auf die Augen bratzen, wie ich das Ding zusammengebaut habe. Also, let's go! Bis zum nächsten Mal. 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 aufgefallen, weil ich mag es immer gerne, wenn die Hand gerade ist und nicht so angeknickt. Das wäre so ein kleiner Hinweis und Tipp für euch, den ihr mal befolgen könnt, damit ihr nicht ins kalte Wasser geschmissen werdet. Zu den Kabeln. Es kommen einfach nur ganz normale Kabel mit. Gerade. Also nicht diese Keul, diese geringelten. Ich nenne sie jetzt mal Schweineschwänzchen. Die sind nicht dabei. Die müsst ihr euch extra besorgen, aber ich denke mal, da werdet ihr sehr schnell fündig werden. An der Stelle noch als kleiner Hinweis, falls ihr bei Alternate einkaufen solltet und euch so eine Tastatur holt, weil sie sehr viele Keychron Tastaturen führen, achtet darauf, dass ihr ISO.de kauft, wenn ihr nicht eine amerikanische haben möchtet, denn das ist nämlich ANSI. Und dann gibt es auch noch ISO UK etc. pp. Also da müsst ihr ein bisschen darauf achten und auch wenn ihr Keycaps kauft, einfach Keychron Keycaps eingeben, müsst ihr auch darauf achten, dass das für eure Tastatur passt. Das ist da aber alles mit aufgelistet und dann müsst ihr auch darauf achten, dass es wieder ISO.de ist. Also falls ihr reinhüpfen solltet in diese Thematik, sind das Dinge, die ihr beachten müsst. Ansonsten wirklich ein absolutes Gedicht. Ich liebe diese Tastatur. Ich bin wirklich total begeistert von dem Gerät und werde jetzt mich hinsetzen und meine Memoiren schreiben. Denn Schreiben auf diese Tastatur ist wirklich so befriedigend. Also lass euch doch mal wissen, wie dir die Tastatur gefällt oder der Eindruck, den ich dir vermittelt habe. Ob du vielleicht auch Interesse hast, in Custom Keyboards reinzugehen und schreibst einen Kommentar dazu, haust ein Däumchen drauf. Vielleicht machst du auch noch ein Abo bereit. Also, lass dir gut gehen. Bis dann. Tschüss.